ja was hat die exakt sechs warum ist er eigentlich nicht in der confi hä der labert nie was party labert die ganze Zeit was und schafft an die Stadt diejenigen sind auch so weiß ich würde noch nicht die ich würde ihn nicht bestimmen die user in your channel time das habe ich jetzt gehört du so in your channel time dort mal war es nicht keine Ahnung aber ich esse jetzt erst mal was und jonas bist du gerade oben im haus ja kannst du mal noch ein paar steine in ofen tun weil dann mache ich uns eine pilz form mit steinen ja du brauchst dafür steine mit normalen um mit mit Prozent kabel geht es nicht du brauchst clean stone ich habe keine steine er hat er braucht 10 und das kann ich nicht wissen was für sich wie viele in der rechten kiste eigentlich würde ich uns ja eine andere machen und fische angeln aber kein bock wir haben ja auch genug zu essen eigentlich echt jetzt weil ich habe gar nichts also ich habe genug ey ach wir haben karotten er hat so viele steine brauchst du auch nicht machen ich tue mal die kartoffeln in ofen die sind ja schon fertig ob es hupsi ich necke mir da jetzt einfach mal die hälfte ja sicher da kommt gleich noch mal eine höhle legt mir doch die irgendwas ja klar von allen seiten ist jetzt hier du wolltest klöten sagen gibst zu oh oh zombie abstand hallo abstand und uhr egal ich es jetzt mal die vier äpfel auch tschuldigung okay wer hat bei uns jetzt die die pilzform und da er auch so wir sind ja schon steine da muss ich jetzt nur noch mit steine drumrum bauen aber nicht wegbauen das was nicht dahin bau gell weil wenn er das macht dann kriege ich hier die krise oh jannis kriegt die krise ja die finanzkrise jannis ist nicht spät fach warum geht es da jetzt nicht ach so ich weiß warum oh shit der ist sowas von am arsch wenn du ein clean stone falsch hinsetzt warte ich da drunter noch clean stone oder kommt er da ist noch gut dann baue ich nämlich noch ein zweiter runter dr wenn da doch kein klinster also entweder muss jetzt bei die echte auf oder erst versuchte jetzt ist die große frage was das wirklich ist da ich denke im Fall immer bloß zu den weil immer bloß drei Reden denken wir sind bloß zu drüben stimmt ja nicht Jonas hat wie das eine jahrreihe ja Gott der Helmer kann ich das da jetzt nicht hinsetzen muss ich da jetzt ernst die Mannschaft eine andere Kartenpilz ich bin ein bisschen als Partie echt noch sein Gold im Inventar mehr da der Ort na jetzt wir brauchen unbedingt die es ist mehr und mehr da können Ja. Herr Jonas! Für was brauchst du Dias? Achso, ja, natürlich. Wir können so gießen. Haben wir hin hier unten, aber... Ja, egal. Du brauchst schon zwei Tote. Ja, komm, in der ersten Aufnahme möchtest du noch nochmal... Gold! What the fuck? Boah, ich bin echt gespannt, weil ich sterb. Weißt du... Also manche Leute übertreiben es auch überhaupt nicht. Weißt du, wie wichtig Gold ist? Wichtig. Du brauchst nachher bei den Tränken sogar ein Gold... ...ein Gold... Barren. Nee, Goldblock. Also auch jetzt. Natürlich! Ja? Klar! Dich Ultra Hardcore. Beim normalen bräuchte ich bloß einen Goldbarren. Oh, okay. Oh, nee, bitte nicht Kies. Wann ist denn deine Eltern da? Ähm, nicht direkt. Nee, meine Schwäch durch da, die nerven mich zum Glück nicht. Warum? Wo sind die? Fort. Echt? Das ist auch besser so. So. Nein, hier ist eine Höhle. Und die guckt so ne... ...störte Sendung, die heißt... ...The Voice of Germany. Oh, nee, bitte nicht, oder? Doch, doch. Das ist... Also... Jetzt nix irgendwie Schlechtes sagen, aber ich find's ein Scheiß. AHHHHH! Das ist... Das ist auch ein Scheiß. Was? Brauch ich nicht gleich so schreien. Scheiß, ich hab nur noch 19. Aha. Nein, bei mir steht auch keine 20 mehr. Ja, bei mir schon. Bei Yannis auch, oder? Ah, fuck. Was? Bei Yannis steht auch noch ne 20. Klar. Klau steht bei mir ne 20, Alter, ich bin doch ne dumm. Warum hab ich jetzt meine fucking da nach hinten? Geil. Ah, fuck. Lol. Yannis, sag nicht so fuck. Fuck. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Das ist der Voice of Cacktown. So. Ganz viel Lapislazuli für was ich den Schrott brauche, ich hab keine Ahnung. Ganz im Ernst, was braucht man Lapislazuli außer für Wolle färben? Für Scheiße. Hä? Keine Ahnung. Zum draufkacken. Gold! Nein, weiß ich, die haben Lapislazuli deshalb erfunden, dass man sich fragt. Warum braucht man Lapislazuli nur für Wolle? Nee, die sind gut. What the hell? Lol, ich kann den Ofen nicht... Okay, jetzt. Das ist ein Mini-Zombie. Und ich hab hier... Boah, wie ein Mini-Zombies was sehe, ich kann's euch sagen. Die trifft man halt nicht. Nee, eben. Ja, nee, eben. Ha, nee, eben. Dann halt ja eben. Das gleiche. Wie viel Dich halt eigentlich? Ah, heute ist 9-11. Alles gut aus dem 12. Todestag. Ach nee, halt. Heute schon 9-11? Ja, ja, schon, aber fies. Was hab ich gesagt zum 13. Todestag? Nee, hab ich zum 14. gesagt. Scheiße, ey. Das ist natürlich der 12. Puh. Also mit dem Gold sieht's ja schon mal gut aus. Ich hab 22. 22. Ja, erst früh halt. Scheiße, warte, war das jetzt 3 Blöcke über dem, oder? Ah, Party ist wieder online. Einen. In Skype. Aber der labert nix. In Skype. In Skype. Ach so. Ah, warum Skype? Weil der erst in Skype online geht. Warum geht der in Skype ohne in TS Online? Ist ja du. Bin ich auch. Also wenn ihr Pilze findet in der Höhle, dann bringt die bitte mit. Okay, mach ich. Mach ich für dich, Schatz. Ah, danke. Danke, Schätzle. Gold!